So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy X Harderium Master. Ich weiß, die letzte Folge war ein bisschen kurz, aber das macht nichts, weil die Folge davor war ein bisschen länger. Ja, jetzt geht das los. So, wir durchqueren jetzt hier die Donnersteppe. Für mich ist wieder mal zwei erhalten, okay? Ja, natürlich gibt es hier auch Monster, die jetzt auch anders sein können. Okay, Rico, du klaust erstmal was von hier. Elektrokugel erhalten, okay? Juna, du machst einmal Spezialbeten. Au. Tidus, du greifst an. Au. Blitz. Okay, Spezial klauen. Kann ich von hier nochmal was klauen? Elektrokugel geklaut. Geil. Ähm, einmal wieder auf Rico, bitte. Tidus, du tauschst mal mit Baka. Der macht einen Ability-Tip auf dieses Monster. So, Rico, du klaust nochmal. Ah, okay, funktioniert nicht mehr, okay. Blitz. Aua. Juna, du tauschst mal mit Owen. Lass ihn auch mal aus Spaß draufhauen. Okay, du tauschst mit Kamaui. Der macht einen Runden-Hieb. Rico greift an. Aber wenn du tauschst... Ja, mit Juna. Die greift auch mal in der Runde an. Äh, Rico, du greifst... Was ist denn eigentlich, was du da so geklaut hast? Ähm, Elektrokugel, Strom in dein Taschen. Angriff. Für Mario, du tauschst mit Lulu. Und dann verbrauchen wir einmal Wasser. Bitte. Oh, es lebt noch. War eigentlich nicht so beabsichtigt. Elf. So, Lulu, du musst mal sammeln. Oh, nee. Jetzt habe ich Juna angreifen mit Ehromarkt. Dumm. Danke. Ein noch nicht ganz, was ich möchte. Sammeln. Sammeln. Wie sie einfach Upsi sagt. Okay. Ja, das haben wir jetzt alles erhalten im Endeffekt. So, wir wollen nicht gleich wieder speichern. Oh mein Gott. Okay. Ähm... Rico, du klaust mal bitte. Goldnadel. Juna. Ähm... Du wagst einen Angriff auf dieses Monster. Au. Nitzra. Oh, ist das Monster schon stärker geworden. Okay. Lulu, du tauscht mal kurz mit... Kimbawi. Der verwendet einmal... Drakonik. Huuuuh. Spezial klauen. High Potion geklaut. Na toll. Weiß man wie? Guita auf Rico, bitte. Gut gemacht. Okay. Kimbawi, du machst nochmal... Ähm... Drakonik. Nitzra. Aua. Ist ja eigentlich ein bisschen lauer hin. Ist da außerdem... Elektroge geklaut. Oh, das ist gut. Ähm... Auan, komm mal kurz, bitte. Danke. Ähm... Phoenixfeder auf Juna. Blitzra. Schon wieder einmal? Zum Glück auf den richtigen. Okay. Spezial klauen. Kann ich denn nochmal was klauen? Let's move on, diese klaut. Okay. Äh... Du tauschst mal ein bisschen mit Tidus. Vita! So, Riku, du, 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 Tidus, kannst du noch mal was klauen? Nein. Jetzt hat er nichts mehr übrig für uns. Das heißt, Tidus, du kannst jetzt auch mal kurz mit Waxer wechseln. Wohl. Nudu, du, du machst mal ganz kurz, ähm, du machst mal ganz kurz, ähm, sammeln was. Das ist ja keine Erfahrungspunkte und das gefällt mir dann gar nicht. Äh, Juna, du machst einfach mal beten. So, und Riku, du, ich meine, du greifst an am besten. Ja, okay, war daneben, macht nix. So, und jetzt nehme ich Wackerns Team. Und der haut, äh, nein, nein, Tess ab Titi. Okay, Riku ist auch eins aufgestiegen, das ist gut. Ähm, ja. So, ich schau mal, ob du hin. Was ist? Äh, Riku, Spezial klauen. Juna, du greifst, äh, an. Maka, du machst ein am Titi. Au. Au. Spezial klauen. Von diesem Monster, bitte. Äh, Juna, du tauschst mal, äh, nee, stopp. Spezial beten. So, wacker, Spezial. Nein. Activity Heap. Riku, Spezial klauen. Okay, es gibt nix mehr. Au. Au. Juna erlernst Exarsity Comfort, Comfort, Comfortation. Aber du hast so, ich weiß. Mita. Ähm. Riku, du machst einen Angriff. Wacker, du tauschst mit Tidus. No problem. Dann lass ich jetzt mal, nee, das mach ich beim nächsten Mal. Ähm, dann raff' normal an. Äh, Comori. Au. Au. Auern. Ähm, das war ja eigentlich Schweden, das drin gehabt, ne? Ähm. Weht? Nein, nein, die treffte an. Komm mal drauf. Weiß, die Kämpfe sind echt nervig. Aber man muss sie halt alle machen und... Aber das hat jetzt auch so eine Extase voll. Das ist gut. Aber du tauschst mal bitte mit Lulu. So, how shall we do this? Ai, mal, was ist ja bitte? Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh. Oh, da ist ein neuer Gegner. Spezial klauen. Mondschreier geklaut. Das ist ein gutes Item. Nur mal so gleich zur Info. Und wir machen beide Blitzerer. Okay. Äh, Spezial sammeln. Okay. Blitz, ja. Spezial klauen. Kann ich von ihm noch was klauen? Mondschreier geklaut. Okay. Spezial. Weißmagie. Ex-Blitz. Ich würde 10-300-Mädels-Kampf machen. Na ja, nicht ganz. Wird gut da auch austauschen. Zum Beispiel gegen Tidus. Lass uns in der Extase raushauen. Einmal Gemetzel, bitte. Super. Gut. Okay. Juna, du haltst bitte einmal Tidus. So, Riku, kannst du von dem anderen noch was klauen? Von dem da? Ja, die ist im Moon. Haha. Oh, ich kann sogar ganz viele klauen anscheinend. Ja, die brauche ich definitiv. Okay, Riku, Spezial klauen. Jetzt hat er keinen mehr. Gut. Einmal Auen, bitte. 300. Blitzra. Aua. Lass nochmal Riku in Ruhe. Okay. Ähm. Juna, du... Heilst mal bitte Auen. So, Klauen von ihm hier, bitte. So, Auen. Du tauschst mit Komaoim. Der macht einmal Draconik auf... Das falsche Monster. Super. Blitzra. Okay, ähm. Spezial. Einmal Exquizze, bitte. Einmal Draconik auf das Monster, bitte. So, Juna, du machst das nochmal beten, bitte. Bis jetzt klauen. Kannst du noch was klauen? Ey, du... Oh Mann, die kannst du viel klauen. Okay, Komaoim, du tauschst bitte mit Baka. Hau drauf. Okay, das Monster lebt immer noch. Äh, Spitz... Weißmagie... Exquizze, bitte. Ich weiß, ich zieh den Kampf in die Länge, aber das muss man halt nur mal machen, ne? Spezial. Klauen... Kein Daumen was klauen. Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Oh, Juna. Ähm... Ja, ich zieh den Kampf in die Länge, ich zieh den Kampf in den Lange, aber wenn du den Kampf hast. Warst du schon mal dran? Nein, Problem. Ja, stimmt. Da hat er X-Tase weggemacht. Da war ich schon dran. Ja. Ja, zieht man einen schon daran, dass er immun ist. Ähm, gut, dann hole ich mal Nullo ins Team. Schwarzmagie. Wasser. So, Yoko, du greifst mal das Teil da an. Äh, Yoko, du tauschst mal kurz mit Yuna, bitte. Engel auf Tidus, bitte. So, einmal Schwarzmagie mit Basra und weg mit den Teil. So schnell füllt sich unser Geld dann wieder im Endeffekt auf. Boah, ey, bitte. Das Problem ist halt, das eine Monster gibt halt einen etwas sehr Gutes. Und das brauche ich. Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt die ganze Zeit Tidus angreifen. Aber dann ist was gesessen. 366, okay. Glitzra auf Nullo, okay. Und nochmal ein Bits. Vielleicht nochmal ein Bitsra. Äh, schwarze Magie. Basra, weg mit dir einmal. So, Yuna. Du halst dich erstmal selber, bitte. Tidus, du tauschst bitte mit Riko. Also, die darf jetzt erstmal wieder Dämonenschleier klauen. Der ist, der ist so geil. Den brauche ich definitiv. Alter! Lulu, überlebe mir das, bitte. Ja, so überlebt sie es mir nicht. Gut. Okay. Keinen mehr. Schade. Jetzt wieder beide auf sie, oder was? Nein, anscheinend nicht. Yuna. Du halst dich mal bitte wieder selber. Ja, und Nullo, du tauschst mal gegen Waka. Der macht einen Ability-Trieb auf dieses Monster und weg damit. So. Und du kannst jetzt wirklich nichts mehr klauen. Äh, okay. Gut. Yuna, du tauschst mit Arwen, bitte. 300 erst. Oha, okay. Litzra. Oha. Maka, du tauschst mit Kronmauim. Der greift jetzt ja an. Danke. Maku, du greifst auch mal an. Und dann fehlt mir einfach nur noch Tidus, der angreifen darf. Maku, du tauschst mit Kronmauim. Maku, du tauschst mit Kronmauim. Oh, die macht dir an. Oha, die macht dir an. Dumm, dumm, dumm. So. Gut. Und das wird aber jetzt wird. Okay. Ähm. Ability-Team. Yuna. Zuhalzmann wird ja alle. Danke. Äh, äh, hallo? Gut, ähm. Wir durchqueren die Donnersteppe. Weiter. Im nächsten Mal bis dahin. Ciao, ciao.